So, und weiter geht's. Äh, waschen wir? Aha, ich muss gucken, ob hier das in Ordnung ist. Ach, zwingen. Gerade ist er angekommen. Hi. Hi. Oh, ich bin glücklich, dass ihr euch entschieden habt, um uns zu helfen. Ich habe nach dem Motel gesehen, dass die Leute ziemlich gut armiert sind. Sie haben sich verabschiedet, oder? Ja, wenn ihr ein paar Leute mehr braucht, um die Dairy zu schützen, könnt ihr uns beteiligen. Well, hoffentlich wird es nicht so kommen, aber danke. Und die Elektrik ist genug, um zu schützen? Hm. We can't be the first people you've invited up to the dairy. Well, no, we've made similar deals with other folks, uh, trading for gas and food, but ultimately they moved on, looking for the people they lost contact with. Mark and I can help you with that perimeter now. Oh, good. The fence will stop a walker in about three or four seconds, but it's overloaded if we leave the husks out there. You know, Mark and I can clear the fence ourselves if you want to stay here and finish up with the generators. Well, that'd be great. I'll turn off the northwest section and, uh, if you guys could strip them off and look for any weak points, well, that'd be a big help. Sounds easy enough? Stay attentive. You never know. Alles klar. Oh. Boah, wie lange ist denn der Zaun? Hm. 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 Wir werden es ausprobieren. Na ja, hoffentlich wird er sich entschuldigt, wenn er hier rauskommt. Da ist er. Lee, er ist tot. Komm, lass uns das weg. Andy sagte, wenn diese Fenze funktioniert, die Walkers gehen wie eine Branche auf einer Power-Line. Wenn die Lichter rauskommt, das bedeutet, dass die Fenze weg ist, oder? Es besser sein. Warte mal. Ziehen wir erstmal den Pfeil hier raus. Können wir vielleicht noch benutzen? Quatsch. Hä? Wo ist denn jetzt plötzlich die Axt her? Komm schon, ich bin sicher, dass es noch ein paar mehr gibt. Als diese Fenze gepackt wird, wird dieses Ort eine Fortress sein. Oh Gott, kannst du mir vorstellen, nicht mehr über die Walkers zu denken? Mh-hm. 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 Was bedeutet das? Ich weiß nicht. Sie sind gut genug. Ich will nur wissen, dass ich deine Backen habe, wenn etwas runterkommt. Das ist alles. Danke. Hier ist noch ein. Ich sehe es. Das riecht bestimmt wie ein Lundchen. Hä? Mh-hm. Lecker. Abknabbern. Du wirst niemals acostumsen auf den Rekord, wirst du? Hä? Nehm. Hä? Ja. Ich kann nicht mehr über den Rekord denken. Ich denke, es wäre toll, wenn ich diese Ration bekomme. Ich bin auch Hunger, du kennst. Ich versuche nur auf die Aufgabe. Sie wussten, was sie tun, um uns mit Essen zu tun, und dann um uns zu tun. Um ein gutes Essen zu machen wäre es wert. Komm schon, ich glaube, ich sehe, wo sie kommen. Dieser muss es aufhören, versucht zu durchführen. Er ist da ziemlich gut eingegangen. Mr. Crispy If you're waiting for that guy to help, it ain't gonna happen. Come on. Little help? Cool. Holy fuck! What just happened? The fences are on. Why the hell would he turn the fence on? He knows we're out here. What the heck? Get to the gate! Get down! You asshole! Jesus! We had an agreement! Now you're fucked! Who the fuck is that? No idea! Fuck! Now what? With a fence on that gate is our only way out! Ehhh... Grid? What's that? Lee! Get back here! Give us the food! What about all the rainbows? Oh! I think that was good. Handbremse auch noch irgendwie? No fuel! Of course! Get closer! Show yourself! I'm not going to help you! I think that was... Yeah... Yeah... I think that was a stone. I'm not going to help you! Come on! If we can reach the gate, we can get through this fence and back to the house! Ah! 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 One of the dead we pushed down earlier. What? You're going to have to move it. Sieht aber ein bisschen anders aus. You assholes! Come on down! Ah! 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 Nein, wie dramatisch. Ja, jetzt geht's nicht weiter. Ich hoffe, geht es jetzt da. Ach. Braum. Ja. Lea, was ist falsch? Die Elektrik fängt an. Einige Leute haben angefangen aus den Wald. Und wir haben zwischen sie und der Fendung. Holy shit, bist du okay? Ich hörte Mark yelling. Ich dachte, dass ihr alle mir das alles klar habt. Mann, ich bin echt entspricht. Oh mein Gott! Was ist mit dir passiert? Es waren die Beste in den Wald, Mama. Ja, ich werde alles gut, wenn es rauskommt. Aber Gott, es tut mir leid. Hey, y'all. Mark, oh mein Gott, was ist passiert? Er wurde mit einem Arschluss. Christ, bist du okay? Ja, ich bin okay. Ich sollte einfach... Pull es raus. Oh nein, honey, komm, Brenda's got you. Komm in jetzt rein. Wir haben dich alle aus. Well, you must be... What kind of shit ist das? Wir ran into ein paar Leute auf der Weg hier. Bandits, ich glaube. Ich glaube, es war sie, die Attacken uns. Gave uns viele Probleme in den Beginn. Killed ein paar von unseren Farmhand. Wir konnten sie aufhören, indem wir einen Deal zu machen. Was du mit diesen Leuten zu tun? Food für Schutz. Nicht wie wir hatten viel choice. Aber sie haben uns verhörtert. Goddammit. Carly sagte, dass der Ort fest fest ist. Vielleicht ist es nicht so安全 hier als wir dachten. Wir sind nicht mit ihnen... Wir haben ihn nicht so gut verhörtert. Wir haben ihn so gut verhörtert. Wir haben ihn nicht so gut gemacht. Wir werden sie mit ihnen mit ihnen verhörtert. Aber wir werden nicht dafür verhörtert. Wir werden das Ganze nicht verhörtert. Sie wissen, wo diese Scheiße sind? Sie sind schwer, aber ich denke, dass ich wo zumindest einer ihrer Kampen ist. Wenn du bereit bist, die Bandit-Kampen zu holen, komm und uns findest. Bandits, bist du ernsthaft? Der Ort ist nicht sicher, wir können hier nicht bleiben. Nicht sicher? Der Ort ist viel sicherer als der Motorin. Ich denke, dass alle von uns und unsere Kampen wir ein paar Punkten mit Bösen und Arrows haben. Wir müssen uns ein Weg finden, um unsere ganze Gruppe hier zu bleiben. Wir müssen uns das Ganze übernehmen, wenn wir müssen. Oh, cool, ihr Jett ist da, Rambo. Sie sind sehr nett, Leute. Lass uns nicht tun, um uns zu holen, bevor wir essen. Ich gehe raus und helfe Dan dealen mit diesen Bandits. Ihr solltet ihr euch mit Andy und Brenda und ich bin weg. Well, das ist einfach. Ich habe Charme kommen aus meinem Arsch. Ja, das ist echt Charme, Dad. Wo ist Ben und Carly? Und Carly und Ben haben etwas von dem Essen auf der Weg zu kommen. Sie hat uns geholfen, um die Motorin zu warten und zu schauen, bis wir zurückkommen. Was? Hey, äh, ich erinnere mich, dass du Kinder in deiner Gruppe gesehen hast. Also, ich ging nachher und fixte den Swing, während du da warst. Ich hoffe, deine Kinder lieben Swings. Ein Swing! Ich liebe Swings! Juste wie in meinem Trierhaus! Komm schon, Doc! Warum nicht die Kinder auf dem Swing spielen, oder? Ja! Danke! Any time. Wir schauen dir nach. Mal sehen, was da drin ist. Hör auf! Ja. Ja. Hä? Da kannst du also nicht reingehen, meinst du, ja? Richtig. Hm? Hm. Oh, das sieht ja gemütlich aus hier mit dir, oder? Ich denke nicht. Oh, Lee. Oh mein Gott. Ich bin so glücklich, dass du zwei nicht in der draußen getötet hast. Denkst du, Mark wird okay? Ich wünschte, aber ich denke, er ist in guten Handen jetzt. Ja? Es ist nicht zu schlecht? Ich bin gut. Ich habe gesehen, die Leute überwärts gehen. Wie könntest du uns alle zu diesem Ort bringen? Hm. Hm. Wie fühlst du dich über den Motor in? Es ist ein Willkommen, Veränderung. Ich weiß nicht. Wenn wir nur wo wir waren, dann Mark würde ich nicht enden mit einem Ereignen in seinen Schultern. Ich denke, dass du und Kenny nicht genau so gemacht haben. Ich habe versucht, zu sehen, Dinge aus seinem Punkt zu sehen. Ich habe eine Frau und ein Kind und alles. Wir schreiben damit, was ich nicht so schlimm bin. Ich habe keine Angst auf vom Zugang mit einem Boden. Ich war auf einmal das. Qu��� auch Anfänger, K Bill, richtig?